Hey, wir stehen jetzt hier vor dem Restaurant Viva Italia in Harvey Bay und werden jetzt gleich ein leckeres Lunch haben. Man kann auswählen von Pizza oder Pasta oder Focaccio. Also ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Hey, wir haben jetzt ein sehr leckeres Lunch hinter uns. Es war wirklich fantastisch. Wir hatten eine richtig schöne Aussicht über den Ozean. Es ist wirklich wunderschön hier. Das Lokal ist richtig schön groß. Man kann hier auch Hochzeiten feiern oder Geburtstage. Es ist definitiv für viele Leute Platz und die haben eine Auswahl an Gerichten. Das ist echt unglaublich. Es gibt hier bis zu 150 Gerichte, kann man hier bestellen. Von Steak über Meeresfrüchte, Pasta, Pizza, alles Mögliche. Also schaut doch einfach mal vorbei bei Viva Italia in Harvey Bay und lasst es euch schmecken.